So liebe Leute, ich sage euch ja, es ist immer wieder spannend von einem selbst gemasterten Produkt die Limited Special Fanbox zu öffnen. Wir machen hier mal ein Unboxing. Unboxing-Gaspel. Jawohl, Papier mal weg. Gucken wir mal, was denn da hier drin ist. Ja, also Verpackung, schaut schon mal stabil aus. Wunderbar, da kriegt ihr was für euer Geld. So, ja, was haben wir denn da hier? Also einmal die CD natürlich, ganz klar, auch schön versiegelt, so muss das sein. So habe ich mir das gewünscht. So, das gibt es hier auch noch. Wunderbar, das müssen wir doch unbedingt, unbedingt mal irgendwo hinkleben. Am besten, am besten natürlich für nervige Nachbarn oder Leute, die ihr nicht mögt. Perfekt. So. 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 So.